Mein Gott, verwerf mich nicht, indem ich mich in Temut vor dir beuge. Von deinem Angesicht, ich weiß, wie groß dein Zorn und mein Verbrechen ist, dass du zugleich ein schneller Zeuge und ein gerechter Richter bist. Ich lege dir ein frei Bekenntnis da und stürze mich nicht in Gefahr, die Fehler meiner Seelen zu leugnen, zu verhehnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020